Immer wieder bekommt man so wunderschöne Sachen. Hier ein Schell-Handbuch für Autofahrer. Erste Auflage 1958. Diese ist aus 1961. Damals hat der Schell auch ähnlich wie zum Beispiel der ÖMTC, der Autofahrer-Club, noch sein richtiges Handbuch. Der hatte das auch mehrere Exemplare, wie ich jetzt da geschenkt bekommen. Wohin, wie, wann, wo steht hier Schell-Touring-Information, wohin sie auch fahren. Sie fahren gut mit Schell. Dazu jede Menge weitere Produkte, die Schell damals geführt hat. Treibstoffe, Motorenöle, Getriebeöle, Autofette, Spezialprodukte aller Art, Kühlerschutz, Rostschutz. Später gab es auch eigene Offenheitsöle, was ich mich erinnere. Und hier noch was ganz Nettes. Ist mir bei der Gelegenheit wieder einmal aufgefallen. Eine Schell-Werbung, eine französische, in einem Buch über Jochen Rind. Knapp nach dessen Tod 1970. Mit den klassischen, in den 60er Jahren sehr beliebten, sogenannten Fisch-Augen-Objektiv.